Es gibt ja noch andere Notfälle, die bei Kindern auftreten können, die man aber sehr gut verhindern kann, wie zum Beispiel Fremdkörper, wie wir Ärzte so schön sagen, in diversen Körperhöhlen. Also ganz klassisch, wo soll man sich die Sachen nicht reinstecken, die man draußen findet? Ins Ohr und in die Nasenlöcher. Sehr gut, weil was passiert, wenn ich die da reingesteckt habe? Dann können die Nasenlöcher oder das Ohr verstopft werden. Ja, und wer holt das dann wieder raus? Der Arzt. Und wofür muss ich da hin? Ins Krankenhaus. Genau, das ist der Punkt. Viele, viele Unfälle lassen sich zu Hause verhindern. Hier in der Kita habe ich ordentlich viele aufgeschlagene Knier gesehen. Das gehört nun mal dazu. Aber es ist halt gerade der Punkt Verbrennung, gerade auch in der Grillsaison, wenn es draußen wieder ein bisschen wärmer wird, zu Hause Verbrühungen, also mit kochendem Wasser oder diese ganzen kleinen Fremdkörper, Tabletten gegessen und so weiter und so fort. Das kann man Kindern ganz wunderbar erklären, damit es eben nicht passiert, dass man am Wochenende gerade, wo es alles so schön ist, ins Krankenhaus muss. So, ciao.